Boah, wie geil! Herzlich willkommen in Kuala Lumpur. Ja, wir sind jetzt direkt in den Pool gesprungen und es ist so cool hier. So eine geile Unterkunft. Ja, also da haben wir echt Glück gehabt. Da hinten ist noch ein Gym, ein kleiner Fitnessraum. Und ja, jetzt genießen wir erstmal die Zeit am Pool und entspannen ein bisschen. Und in Kuala Lumpur verbringen wir insgesamt eine Woche. Nach dem ganzen Rumreisestress in den letzten Wochen haben wir uns erstmal ein paar Tage Pause gegönnt. Die Stadt gefällt uns auf Anhieb jetzt schon mal richtig gut. Mal gucken, wie es noch wird. Aber von der Unterkunft sind wir ja schwer begeistert. So, nach anderthalb Tagen chillen am Pool, dachten wir, wir gucken uns jetzt auch mal Kuala Lumpur an. Und sind natürlich gleich zur Hauptattraktion den... Petronas Tower aus. ...gefahren und sitzen jetzt hier in einem schönen Park. Genau, und die sind jetzt 452 Meter hoch. Das sind Zwillingstürme. Galten in der Zeit von, ich glaube, 1998 bis 2004 als... ...wo die jetzt schon so mega beeindruckend sind, so hoch hier vor einem liegen. Kann man sich kaum vorstellen. Ist aber so. ... ... ... ... Wir haben uns jetzt den ganzen Morgen über unser nächstes Reiseland informiert und möchten jetzt nach Kuala Lumpur ein bisschen zu Fuß erkunden. Und hier hinten ist übrigens unsere Unterkunft. Da im 13. Stock wohnen wir. Wir haben oben eine Dachterrasse im 30. Stockwerk und circa im 8. Stockwerk, oder genau im 8. Stockwerk, haben wir auch einen Pool. Wir sind jetzt gerade mit dem Zug in einen ganz bestimmten Mall gefahren. Aber nicht zum Shoppen. Ja, genau. Nicht zum Shoppen. Und warum? Das seht ihr gleich. Ich liebe Magnum-Eis und ich habe bei einem Vlogger in einem Video gesehen, dass der in Kuala Lumpur bei einem Magnum-Store war, wo man sich sein eigenes Magnum mit verschiedenen Toppings kreieren kann. Und natürlich wollten wir das auch ausprobieren und jetzt sind wir da. Hier gab es auch richtige vorgefertigte Varianten mit kompletten Tellern voller Magnum-Eis und Toppings und voll verrückt. Vorbei, wir wollen es ja nicht übertreiben. Wir werden uns jetzt nur so ein kleines Eis, aber ich glaube, das reicht auch schon auch. Richtig geil, hier drin ist auch Schokolade und ich habe gesalzene Erdnuss, Mandel, Oreo und dann nochmal dunkle Schokolade drüber. Also zwei Schichten Schokolade, dann noch weiße Schokolade, verschiedene Nüsse, Oreo und dunkle Schokolade drin. Mir gibt es heute mal die Höchstnote, 5 von 5 Globen. Das war so geil, echt. Wir sind schon wieder in der Mall, nicht zum Einkaufen, was es diesmal ist. Sehen wir gleich. Das Besondere hier in der Mall ist, dass es hier nämlich einen Freizeitpark gibt. Ihr seht mal gerade die Achterbahn. Völlig verrückt. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, hier unten ist Kleidershopping angesagt und hier oben Achterbahn fahren. Wir sind jetzt am Platz der Unabhängigkeit angekommen und hier steht ein Fahnenmast. Das Besondere an dem ist, dass hier 1957 das erste Mal die Flagge von Malaysia gehisst wurde. Und der Fahnenmast gehört zu einem der höchsten der Welt, der ist 100 Meter hoch. Und hier drüben haben wir gesehen, da sieht man auch wieder die Twin Towers. Naja genau, die sind irgendwo zwischen zwei Gebäuden zu sehen. Hier ungefähr. Wir lassen uns jetzt unseren Morito hier oben schmecken. Das ist eigentlich ein Helikopterlandeplatz. Tagsüber und ab 18 Uhr glaube ich wird dann zu einer Bar umfunktioniert. Also leer ist es hier oben natürlich nicht. Es sind alle Tische belegt. Hier zwischen uns sieht man übrigens die Petronas Towers. Aber es ist trotzdem richtig schön. Wir sitzen jetzt hier gerade so einen Sonnenuntergang. Den sieht man da drüben. Und trinken Moritos, das hat Janina glaube ich schon gesagt. Und lassen sie uns ein bisschen gut gehen. Ja, es ist echt sehr schön die Aussicht. So lustig. Die Welt ist echt so klein. Ich habe da oben auf der Helibar jemanden getroffen, den ich aus dem Fitnessstudio aus Friesheim kenne. Und ja, habe mir erst überlegt, ob ich ihn ansprechen soll, weil ich mir nicht ganz mir präsentisch sicher war. Aber im Endeffekt war es lustig, dass ich es gemacht habe und er war es wirklich. Der zweite Anlauf heute war ja jetzt eine spontane Aktion. Wir waren unterwegs und haben uns dann unterwegs dazu entschieden. Es hat sich definitiv gelohnt. Beim letzten Mal waren wir erst nach 21 Uhr da, weshalb wir einen Mindestverzehr gehabt hätten. Den hatten wir so jetzt nicht. Und es war auch definitiv cooler mit dem Sonnenuntergang, als wenn wir einfach nur im Dunklen hochgegangen wären, weil wir so einfach beides hatten. Wir machen jetzt noch ganz schön viel Essen erst. Was hatten wir zuerst? Dann Frühlingsrollen waren dabei. Dann Sticky Mangoreis. Dann haben wir Shabama gegessen. Schon zum zweiten Mal heute, weil er heute Mittag schon so geil war. Und wir halten das aus den Vlogs ja immer so ein bisschen raus, weil wenn sie mal überlegen, ja, zu viel Essen ist nicht zu gut. Aber es gehört ja doch so ein bisschen zur Reise dazu. Und deshalb haben wir uns jetzt gerade für das nächste Land überlegt. Wir machen extra Food Diary. Spezial, unabhängig vom Vlog. Denn in drei Tagen oder vier Tagen geht es ja nach China. Nach China, genau. Und da könnte das ja durchaus interessant werden. Allerdings. Und deshalb haben wir uns überlegt, machen wir da ein Spezial. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und auf jeden Fall auch ein Abo, damit ihr auch in China dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens in China. Bis dann. Ciao.